Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben uns wahrscheinlich alle darüber gefreut, dass Microsoft Activision und die COD-Franchise übernimmt. Und ich glaube, da spreche ich für viele von uns, dass wir der felsenfesten Überzeugung waren, dass alle Richtungen, die Microsoft mit Phil Spencer zusammen für die COD-Community und für die COD-Franchise zusammen mit Activision und den Entwicklerstudios macht, durchaus Änderungen sein werden, die für uns als Spieler, als Community, als Fans dieser Franchise gut sein werden. Das, was in den letzten 48 Stunden aber passiert ist, ist genau das Gegenteil und darüber sollten wir heute sprechen. Mit Sicherheit erinnert ihr euch daran, dass über den offiziellen COD-Twitter-Account vor circa 8 Wochen ein Statement rauskam, wo darüber gesprochen wurde, ist jetzt glaube ich 7 Wochen sogar erst, wo darüber gesprochen wurde, dass wir in Kürze zeitnah viele Infos über Skill-Based Matchmaking bekommen, wie das Matchmaking funktioniert und und und. Alles Sachen, die wir noch nie offiziell von COD-Seite, Entwickler, Publisher, sonst was gehört haben. Und das kam kurz nach der kompletten Übernahme durch Microsoft. Was für viele von uns bedeutet hat, eventuell gibt es zumindest einen ersten Schritt in die richtige Richtung, nämlich mehr Transparenz. Wie wir SBMM alle umgehen können, wissen wir mittlerweile. Aber wie es genau funktioniert, welche Parameter, was der Plan von Microsoft ist. Sie haben ja auch ein eigenes Microsoft Matchmaking. All diese Sachen sind bisher sozusagen im Nebel gewesen und da haben sie uns versprochen, wir werden Infos darüber bekommen. Fun Fact, es ist 7 bzw. 8 Wochen her und wir haben seitdem nicht eine einzige Sache darüber gehört. Gar nichts, null, nada, niente, nix. Es ist einfach ein leeres Versprechen geblieben, was nach zwei Monaten durchaus kritisch zu sehen sein darf. Denn wenn da steht, in Kürze, zeitnah, demnächst, dann heißt das nicht in drei Monaten oder zwei Monaten oder sechs oder zwölf, sondern in den nächsten ein, zwei, drei, lasst es vier Wochen sein. Dazu kommt aber, und jetzt wird es richtig heftig und das haben viele wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, Microsoft hat gestern ihr All-Time-High an der Börse erreicht. Microsoft hat mit jeder Aktie gestern an der Börse den höchsten jemals aufgezeichneten Wert ihrer eigenen Aktie gehabt. Was haben sie parallel aber gemacht? Sie haben ein Drittel der COD-Entwickler rausgeworfen. Und da kann ich euch nur empfehlen, dass ihr zusammen mit mir einmal bei Charlie Intel guckt. Charlie Intel ist ja einer der wahrscheinlich besten informativen Twitter-Accounts, die wir für die COD-Franchise seit vielen Jahren haben. Und er hat ein Gespräch zwischen Jason Schreier und Ben Gilbert hier von Insider Union einmal retweetet und gescreenshottet sozusagen. Und so wie es aussieht, ist der feste Plan von Microsoft aktuell, dass derselbe Weg gegangen wird, der damals mit Halo gegangen wurde. Falls ihr euch daran erinnert, das letzte Halo hat fünf Jahre Entwicklungszeit gehabt und ist komplett in einem katastrophalen Zustand ohne jeglichen Content released worden. Warum das Ganze so ist, relativ einfach zu OK lernen. Microsoft-Idee bei Halo, und anscheinend ist das der Plan bei der COD-Community und COD-Franchise, es war, dass man nicht viele dauerhafte Angestellte hat, die für viel Geld dann auch sehr teure, spätere Verträge bekommen, sondern dass man Contractors dazu holt. Das sind, ich würde vorsichtig formulieren, Hilfsarbeiter, die natürlich von der Materie was verstehen, aber immer nur in einem Zeitraum zwischen 12 und 18 Monaten für Microsoft an gewissen Projekten arbeiten. Zum Beispiel an dem neuen COD. Nach diesen 18 Monaten werden diese Leute, weil es ja sowieso nur befristete Verträge sind, nach Hause geschickt und es kommen wieder neue. Das bedeutet, es dauert jedes Mal, bis sie sich eingefunden haben in die neuen Programme, in die Vorgaben, in das Game, in die Mechaniken, in die Ideen, in all diese Sachen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr einen neuen Job anfangt, braucht ihr ja auch eine gewisse Zeit, selbst wenn ihr diesen Job woanders schon mal gemacht habt, um in der neuen Firma klarzukommen. Mit euren Kollegen, mit der Software, mit der gearbeitet wird, mit den neuen Kunden, die dort sind, mit euren Vorgesetzten. Das ist nichts, was ein normaler Mensch innerhalb von 48 Stunden verinnerlicht hat und dann am Maximum seiner Schaffensfähigkeit arbeitet. Und so wie das aussieht, ist genau das aber der Plan von Microsoft, weil es im Gegensatz dazu, dass man eben sonst feste Angestellte hat, die dauerhaft bezahlt werden, viel Geld spart. Und als Übersicht, für wie viel wir hier sprechen, sah ich es euch wie folgt. Das letzte Mal hat 30% der Mitarbeiter verloren für Game Engineering, für Art, für Design, für Technik, für Quality-Live-Tester, für alles. High Moon Studios, 10%. Toys for Bob, was sowieso schon eins der kleineren, kleineren Entwicklerstudios in der COD-Franchise war, 30%. Treyarch, Infinity Ward, Raven Software, Solid State, Binox, Demonware, haben alle jetzt in den letzten 48 Stunden ihre Mitarbeiter zu einem großen Teil verloren, weil Microsoft sie im Zug dieser Übernahme rausgeworfen hat. Charlie Intel hat hier, und das finde ich ganz cool, viele von denen, die geschrieben haben, dass sie gerade entlassen worden sind, retweetet. Und da sind Leute bei, die seit über 10 Jahren in den einzelnen Entwicklerstudios an den Sachen arbeiten. Und wenn ihr hier so ein bisschen runterguckt, ist das, und passt auf, es wird jetzt hell, weil das ist halt der Screenshot, den Kehl nicht dunkel. Das hier ist die Aktie von Microsoft vorgestern. All time high. Microsoft setzt so viel Geld um, wie gefühlt noch nie ein Unternehmen vorher. Zeitgleich haben sie 1900 teilweise sehr verdiente Mitarbeiter mit einem Schlag entlassen. Und ich sage es euch, wie es ist, das ist der Beginn vom Ende, von dem, wie wir es kennen, dass die Entwicklerstudios mit relativ festen Entwicklern und sonstigen arbeiten. Nämlich, jetzt wird es darauf kommen, dass Leiharbeiter immer weiter in die Studios eingeführt werden. Microsoft-Mitarbeiter, die mit dem, was Activision, beziehungsweise die Entwickler bisher gemacht haben, gar nicht so viel Ahnung haben. Was bedeuten wird, dass die COD-Franchise, die offiziell nach jetzigem Stand, nach wie vor, jedes Jahr releasen soll. Nächstes Jahr Black Ops-Teil, danach ein Black Ops 2 Remaster-Teil, danach ein neuer Infinity Ward-Teil, oh, hilf mir Gott, und danach wieder ein Sledgehammer-Teil. Es sieht also nicht so aus, als wenn Microsoft deswegen plant, dass man eben längere Gaps oder größere Gaps hat, sondern die Leute werden entlassen. Es wird super viel Geld eingespart dadurch. Der Gewinn ist maximal, wirklich komplett maximiert. Und trotzdem müssen wir uns darauf einstellen, obwohl Microsoft so viel Geld umsetzt. Sie haben Geld ausgegeben, sie werden das eiskalt so durchziehen. Und eines der größten Probleme dabei ist, nicht die Tatsache, dass wir vielleicht ein, zwei Designer weniger haben oder sowas, auch wenn deren Job für die genauso wichtig ist, wie der von dem, keine Ahnung, richtigen Game-Entwickler für Technik oder so, sondern vor allen Dingen die QA-Tester. Die, die wir seit Monaten in der COD-Franchise dringend brauchen, damit solche Updates, wie zum Mid-Season-Update gerade, gar nicht erst entstehen können. Und auch da hat Sledger mal gerade bekannt gegeben, offiziell, dass mehrere Qualitätstester, es sind ja schon nicht mehr so viele dort gewesen, ebenfalls vor kurzem entlassen worden sind. Dazu kommt, und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich tatsächlich gedacht habe, es gibt dort keine, Microsoft hat das gesamte Kundensupport-Team von Activision entlassen. Und tatsächlich, wenn jeder von euch irgendwie mal ein Shadowbun hatte oder irgendein Problem und das irgendwie fixen wollte, wird er es wissen. Ich habe nicht mal gewusst, dass es dieses Team gibt. Da gab es wohl mehrere hundert Mitarbeiter. Klar, es ist eine große Franchise, viele Anfragen, das ist alles immer ein bisschen komisch, über Shadowbuns können die sprechen, bla bla. Aber die Tatsache, dass die Qualitätstester rausgeworfen worden sind, bei den einzelnen Entwicklerstudios, die extensiell wichtig für die Game-Entwicklung sind, für uns als Community, dass wir nicht andauernd irgendeinen kaputten Kram vorgesetzt bekommen. Und die Tatsache, dass die, die für den Kundensupport zuständig sind, ebenfalls entlassen worden sind, zeichnet für mich, zusammen mit dem leeren Versprechen von SBMM, ein ganz, ganz dunkles Bild auf das, was hier uns bevorsteht. Und das ist eigentlich so das passende Schlusswort zu dem Ganzen. Als im Oktober Phil Spencer darüber gesprochen hat, dass die Übernahme durch Microsoft von Activision Blizzard und den Entwicklerstudios kurz bevorsteht, hat er gesagt, das ganz klare Ziel von dieser Übernahme ist, dass jeder am Maximum seiner Schaffensfähigkeit arbeiten kann, damit wir das bestmögliche Produkt für jeden Kunden rausbringen können. Schöne Worte, keine vier Monate später entlässt er über 2000 Mitarbeiter für die gesamte Franchise. Und eine Gewinnmaximierung ist ja nicht unbedingt immer damit gleichbedeutend, dass man Leute rauswirft. Es geht ja oftmals darum, dass man überflüssige Posten streicht oder, oder. Aber wenn wirklich jemand der Auffassung ist, dass wir in der größten Franchise, die FPS Games jemals gesehen hat, nämlich Call of Duty, noch weniger Mitarbeiter brauchen, dann tut es mir leid, Leute, dann kann ich auch nicht helfen. Und das zeichnet ein ganz düsteres Bild auf das, was hier definitiv früher oder später kommen wird. Ich finde das vor allen Dingen deswegen so krass, weil Microsoft an Geld so viel einnimmt, umsetzt, täglich, wie sie gar nicht zählen können. Es wäre ein leichtes gewesen, auch mit denen, die man jetzt rausgekündigt hat, was ja relativ kurzfristig kam, Gespräche zu führen, damit diese über eine längere Zeit sich darauf vorbereiten können. Das ist nicht passiert. Das Ergebnis des Ganzen wird sein, dass wahrscheinlich noch mehr entlassen würden und die Qualität der Games, die wir bekommen durch Microsoft Activision Call of Duty werden, davon gehe ich aus, nicht besser, sondern eher noch schlechter. Was hattet ihr davon? Fühlt ihr es gerechtfertigt oder sagt ihr, wer so viel Geld umsetzt, kann nicht einfach so viele Leute rauswerfen, nur um noch einen letzten Cent mehr zu verdienen? Vor allen Dingen geht es ja auf dem Rücken von uns als Community. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Es gibt einen nagelneuen Holy Hydration Restock sozusagen mit zwei neuen Sorten. Bitte unbedingt abchecken. Hydration ohne Zucker, ohne Koffein, perfekter Drink für den Alltag, perfekt für, wenn ihr im Gym seid, euch ein bisschen Nutrition reinpfeifen wollt. Die Singer sind sehr, sehr geil, einfach weil sie euch eine Alternative zu dem ganzen Koffein bieten. Und wenn ihr mal keinen Koffein haben wollt, deswegen unbedingt meine Empfehlung Cranberry abchecken. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, ich bin raus.